in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr komplett afk leveln könnt leute jedoch möchte ich mich vorher bei werox bedanken der mir auf discord geschrieben hat und mir erklärt hat wie das ganze funktioniert vielen vielen lang grüße gehen raus und wie ihr seht leute bin ich nur am chillen ich bewege mich gar nicht und die zombies sterben von selber und ich kann afk leveln und wie das ganze funktioniert zeige ich euch jetzt was ihr dafür braucht ist ein kollegen der euch hilft leider ist das ganze nicht solo euer kollege der euch hilft in den gott mode zu kommen der muss hier bei den augmentationen beim wilden wächter diese zwei augmentationen drauf haben einmal bei dem großen das erste und bei den kleinen das erste die die in den gott mode wollen brauchen jagger diese zwei augmentationen und zwar bei dem großen das zweite und bei den kleinen das zweite und ihr müsst auch wilder wächter ausrüsten leute und da braucht ihr dann bei den großen das zweite vergeltung unbedingt leute weil das ist das wichtige um afk zu gehen wenn ihr dann im spiel seid dann kauft euch metzl macchiato und das juggernaut perk auch natürlich leute auch kaufen sehr sehr wichtig und ihr müsst jetzt am besten euer messer verbessern wie ihr seht habe ich schon einmal gepuncht habt die napalm salve munition drauf getan und die grüne seltenheit drauf gepackt wenn ihr dann die beiden perks habt metzl macchiato und jagger aktiviert euer kollege seinen wilden wächter und verlässt danach die lobby und ihr werdet diesen effekt vom wilden wächter permanent drauf haben aber dies aktiviert auch gleichzeitig die augmentation von eurem wilden wächter so dass ihr ganze zeit die zombies zum explodieren bringt die euch angreifen und wir stellen uns jetzt hier oben wo man die wunderwaffe bauen kann am spawn im hotel in die ecke und werden einfach nur ganze zeit stehen bleiben alle zombies die euch angreifen werden sterben und im spiel sieht das dann so aus als hättet ihr die zombies mit dem messer getötet das heißt immer wieder wenn ihr geld habt verbessert euer messer am besten auf gold und auf packer punch 3 damit die zombies noch schneller sterben und ihr die runden noch schneller pusht ihr könnt natürlich auch wie ich hier einmal den krawallstarter aktivieren damit die runde noch schneller vorbeigehen geht danach einfach wieder in den raum stellt euch hier in die ecke schaut so nach vorne so wie ich und hier werden auch keine mega scheuße reinkommen leute nur höchstens diese mangler und wie gesagt wenn ihr euer messer auf max stufe und mit metzl macchiato und dazu vielleicht auch augmentierungen freigeschaltet habt werden die dinger maximal one oder two shot sein durchgehend ihr könnt euch hinlegen das spiel laufen lassen ihr werdet auch nicht gekickt bei diesem afk glitch und über nacht könnt ihr dann euer konto level zum beispiel das war's dann mit dem video leute falls euch das video gefallen hat lass doch ein leichter und schreibt mir die kommentare und falls du in zukunft nichts mehr verpassen willst lass jetzt gerne ein kostenloses abo da und aktiviert die glocke damit du immer auf den neuesten stand bleibst und falls du leute zum mitspielen suchst join gerne mein community discord link ist in der beschreibung verlinkt und danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video ciao